Jo! Hallo und herzlich willkommen zurück. Geile Musik auf jeden Fall. Und in Nachtleveln kann ich eigentlich nicht sterben. Ich sterbe nie in Nachtleveln. Nachtlevels. Oh, hier gibt's schon wieder bestimmt Sequels. Ich hab auf der Map gesehen, dass das hier ist. Was machen die eigentlich, wenn ich hier oben bin? Achso. Was kann ich hier oben holen? Was ist das hier, Alter? Boah. Was geht ab, Alter? Was ist das hier? Oh, okay. Aua. Das hat weh. Aua. Wie viele wollen denn kommen, ey? Okay, da hat mein Hals... Da tat er wirklich weh grad. Das müsst ihr mir entschuldigen. So. Hat ein bisschen gedauert. Oh Gott. Oh. Haja. Wo? Ich weiß, ich verstehe nicht mal, wieso er nicht nach links gesprungen ist. Wenn ich es doch angerollt habe. So, come on. Okay. Ey, ey, das ist... So. Was ist das denn? Wo sind meine Gegner? Okay. 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 Ja, komm. Alter, bitte. Alter, wie soll das Gold? Alter, komm. Ja, ist gut. Okay. Mann, ey. Aua. So. Getrackt. Bitte keine neuen Bienen. Okay. Die sind ja noch okay. Boah. Alter. Was ist so toll? Was mache ich da? Und wieso leckt das so hart? Okay. Was legen wir einfach mal? Was zum Teufel? Alter, aua. Boah. Alter, was zum Teufel geht ab, bitte. Ich könnte für jeden Moment sterben. Oh, ich dachte gerade, ich sterbe. Ich dachte gerade, ich sterbe. Ich dachte gerade, wirklich, ich sterbe. Oh, der ist nämlich zu mir hingesprungen. Okay. Es reicht doch langsam. Oh, okay. Es reicht wirklich. Boah. Boah. Was für ein harter Schlag. Oh, der Fetzag. Äh, äh. Konnte er das schon immer? Ich komme schon. Oh, 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 ich komme schon. So, die ganzen Münzen. Oh, nein. Wieso? Wer hat sich das ausgedacht? Wer dachte, das wäre eine gute Idee? Okay. Mann, wer zum Teufel dachte, das wäre eine gute Idee. Ich verstehe es nicht. Wer hat sich hingesetzt und dachte, boah, drei Fettsäcke an dieser Stelle, das wäre geil. Oh, ich gehe mit dir, Kisti. Das ist meine Kiste, Kisti. Kisti und ich erleben immer Abenteuer zusammen und ich nehme sie mit bis ans Ende. Ich mache sogar jetzt noch mit ihr Saltos zusammen. Was? 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 Was war das? Kann mir das einer erklären? Hä, kann mir das einer erklären? Was war das? Illustration 49 freigespielt. Was war das? Er ist einfach abgehauen. Nein. Wir brennen durch, Kisti. Hä, was war das? Oh Mann, ey. Jetzt noch Glitches finden, Alter. Geil. Nice. Und wer dachte, das sei eine gute Idee? Okay. Das gefällt mir schon jetzt nicht. Hier ist noch was. Wie stark ist das? Na, das geht ja noch. Wenn ich dagegen halte, passt das. Okay, ich gehe nicht wirklich. Ich werde nicht rennen. Wenn ich renne, habe ich schon verloren. Okay. Ich tue es einfach nur einmal. Wieso? Wer? Was? Au. Boah. Jetzt weiß ich wieso. Aua. Aua. Nein. Aua. Nein. Mann. Boah, die Kamera hier ist gerade richtig schlimm. Glaubt ihr mir gar nicht? So. Ja, einer weg. Zwei weg. Zwei weg. Hier sieht es aus wie nach einem Bossfight. Oder nach einem großen Fight. Oh, mit Feuerteilen. So. Ja, ich sag's. So, die Hunde kann man so schön wegschlagen. Aua. Wegschlagen und sich auf die anderen konzentrieren. Ja. Alter, ich wollte den doch gar nicht schlagen. Lass mich doch in Ruhe. Mann. Ich hab dich doch getroffen. Das kann mir keiner sagen. Das kann mir jetzt keiner erzählen. Okay. Ich wollte die doch nicht anfassen. Wieso? Danke. Aua. Mann, ey. Ich würde gerne mal den Entwicklern ins Gesicht boxen. Für das Leid, das sie mir hinzufügen. Für die qualvollen Stunden, die sie mir bereiten. Wie einfach das Laufwand jedes Mal gleich schnell ist. Aber jedes Mal eine andere Stärke hat. Also, ich komm hier nicht rüber. Wenn ich das Ding hab. Hallo. Lauf doch. Wow. Weil ich das Ding hab, komm ich hier nicht rüber. Ich dachte, da wär was. Da ist aber nichts. Ah. Ah. Jetzt hab ich's gecheckt. Okay. Ah. Jetzt hab ich's gecheckt. Das heißt, ich muss das mitnehmen. Ach. Gott. Und darüber. Und hier schützt mich das jetzt vor Feuer. Ich kotze gleich, ey. Egal. Oh Gott. Ich hab fast R1 losgelassen. Das wär vielleicht nicht so gut gewesen. Hä? Was passiert, wenn man das Metallteil aus Versehen in die Lava wirft? Hat man da verloren? Ey. Ey. Oh Gott. Sof. Aua. Nein, ich will den gar nicht nehmen. Ich will den nehmen. Danke schön. Komm schon. Hallo. Ich nehme dich mit, Kisti. Bis ans Ende der Welt. Muss ich da runter? Ich werfe Kisti mal. Ich hoffe mal, dass er überlegt. Ah, nein. Ich musste da nicht runter. Danke für den Tippspiel. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut auf meinem Kanal vorbei. Da sind alle Videos und Playlists. Die Links zu Playlists und alles andere ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge Sonic Erleashed. Ciao, Leute.